ja hallo so planet coaster das ist momentan ziemlich schwierig aufzunehmen gewesen weil momentan wieder schulstrasse so ich hoffe die folge kommt pünktlich und auch mit katz weil wenn nicht dann sorry tut mir leid dann die folge kommt auf jeden fall an einem samstag so viel steht fest ja das kann auch mal eine aufnahme passieren sorry das kommt jetzt gerade am samstag wahrscheinlich sogar pünktlich um 10 uhr hoffe ich mal wenn ich dann ist es halt so und wenn ihr dann nächste woche ich weiß nicht wie aktiv ihr meine videos guckt und so war normalerweise habe ich ja ein upload plan ich weiß nicht wie viele von euch den kennen und so habe ich mal ein stream gezeigt helder was geht denn hier gerade ab habe ich ja einmal in einem stream gezeigt den momentan es sind schon ein zwei folgen da nicht viel also mein kopf kommt auf jeden fall versprochen habe ich für gesagt ist schon fertig dann muss ich jetzt nur noch gucken einmal farming simulator ist auch schon fertig könnt ihr euch auch darauf freuen gibt es auch wieder ein bisschen ernte ich will nicht viel zu viel verraten ja nur jetzt ist noch die frage ich könnte wahrscheinlich schaffe ich auch noch eins von denen zu machen also entweder zum airport oder planet coaster will ich auf jeden fall eigentlich machen weil ich bin der coaster einfach jetzt schon am längsten ab als let's play und es mir auch sehr viel spaß eigentlich immer bringt das erst mal zu dem upload plan der live stream am donnerstag dann wird dann natürlich auch nicht stattfinden weil auf einer klassenfahrt nicht ganz so einfach da quatschen mir sonst zu viele ich könnte euch die herberge mal zeigen und so aber da quatschen mir zu viele dann rum und dann ich weiß auch nicht darf ähnlich ans handy fürs dann auch nicht wie das machen sollte und so also einfach kein stream am sonntag könnten stream kommen weiß ich nicht kommt da ein stream glaubt schon mal gucken ich versuche es so zu organisieren gut jetzt haben wir aber erst mal genug geld das wir uns erst mal ein bisschen was leisten können ganz klein bisschen was gab es doch nicht immer alter was ist denn das heute scheiße ich könnte da heute irgendwie ausrasten ich hasse das ja wenn mitten in der aufnahme irgendwie sowas kommt das kann ich ja nicht ab so ach du ne wisst ihr was wir gehen es heute an angepasste und wir waren heute eine eigene achte waren die auch ein bisschen was auch mine ja die schaffen wir wahrscheinlich aber safe nicht in dieser folge nur schon mal damit ihr das wisst versuche ich immer hier sollen zu kommen dann so ein bisschen erst mal so dann kommt hier schon mal eine kleine kurve die sollte eigentlich ziemlich rasant werden die achte waren also nicht wundern dann irgendwie kurven einfach geradeaus und auch so so nach zurück zurück und hoch damit schnell hoch geht halt und da kann schon wieder minus 20 von mir sein von mir aus nicht von mir sein dann wenn man dahin geht dann muss es auch so ein bisschen da kannst du wieder ein bisschen gerade werden so ist vielleicht einfacher dann dann ja 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 ich ja da und dann ein bisschen zu viel das war ein bisschen blöde der muss schon wieder so ein bisschen so das geht anscheinend nicht dann probieren wir so mit noch eine andere neigung und ein bisschen dreht er hoch und dann die würde ich selbst nicht funktionieren Nini, hier geht's Zala. Äh, geradeaus. So, wir testen das Ganze vielmal. So, und setzen uns mal rein da. So, dann mal los. Nice. Ja, naja, kann man noch nicht so viel erwarten. Ich weiß halt nicht, ob die so wirklich Schwung aufnimmt. Ich hoffe mal, ich habe jetzt erstmal alles richtig gemacht. Die Übelkeit war eben schon ein bisschen sehr hoch. Zu hoch. Das waren, glaube ich, schlechte seitliche Gegenkräfte. Das muss ich, glaube ich, safe nochmal erneuern. Glaublich. Und? Naja. Aber sie wäre okay. Okay. Gut, dann. So. Fertig. Fertig. So. Dann hier nochmal Eingang mit Weg verbinden. Bloß nicht so einen kurzen Weg wählen. So. Länger, länger. So. So. Nice. Und dann nochmal hier ein bisschen was machen. So. Das sieht doch gut aus. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ist das heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, ich hatte Spaß beim Zuschauen. Nächstes Mal dekorieren wir das alles noch ein bisschen. Ja, wenn ja, lasst gerne ein Like da. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und tschau.